hallo ihr schnuckis heute mal von vor der kamera ist es immer total ungewohnt wenn man irgendwie vor der kamera sitzt und zwar gibt es heute wieder einfach nur mal ein bisschen quatschen und zwar hat mich die liebe simone von dies und das von dem kanal getaggt und zwar zwölf tagen zwölf fragen ein tag ich habe noch eine zusatzfrage ich muss mal gucken weil ich gucke irgendwie dahin durch die kamera und es ist ein bisschen knifflig hier ja ich habe mir das alles so auf dem zettel geschrieben die ganzen fragen findet ihr auch unten in der infobox werde ich euch natürlich alles einstellen auch simones ausgangs video verlinken und auch diejenigen die ich dann getaggt habe kommen natürlich auch in die infobox ich werde das versuchen am ende des videos noch zu sagen aber ob ich dann alle auf dem schirm habe weiß ich nicht und im prinzip ist es auch egal ob ihr getaggt werdet oder nicht wenn ihr bock habt mitzumachen macht einfach mit schreibt zwölf fragen ein tag und dann geht das schon los weil manchmal kommt man nicht drauf wenn man denken kann geht einfach so also einfach mitmachen quasi einfach so wir fangen mal an mit der frage nummer eins wie bist du zum basteln gekommen ich glaube ich habe in irgendeinem realtalk mal meine geschichte so erzählt wie zum basteln gekommen bin aber ich fasse mich einfach noch mal kurz zusammen im prinzip schon als kind ich kann mich noch erinnern auf unserem esstisch alles mit zeitungen ausgelegt dann wurde das hemd vom papa das abgelegte falscher rum angezogen damit man sich auch vollklecksen kann und dann wurde gebastelt zu weihnachten für oma und opa zwischendurch einfach gemalt fensterbilder gemacht oder wie auch immer also basteln war irgendwie schon immer dabei das war eigentlich so in kindheit und dann kam dann halt irgendwann schulestudium wo man dann nicht so die zeit hat und ja seit also im studium war das dann wurde hat man natürlich dann erstmal keine zeit und dann auch definitiv kein geld um irgendwie großartig bastelmaterial zu kaufen und zum ende hin hatte dann eine gute freundin von mir eine bekannte die hat für gones gearbeitet oder halt für gones und ich weiß jetzt nicht wer gones kennt das ist so ein bisschen wie stampin up aber auch für andere bastelsachen nicht nur stempeln und ja da habe ich dann so ein bastelabend mitgemacht und dann so ein paar kleinigkeiten was man sich so setzen konnte gekauft und irgendwie bin ich dann irgendwann hatte ich mal bock nochmal so ein bastelabend zu machen aber eben nicht gones sondern irgendwas anderes und bin dann irgendwie zu stampin up gekommen was man halt so findet wenn man danach sucht und hatte dann so eine stempelparty zu hause fand die sachen ganz cool ja und da wurde ich dann quasi ans stempeln gebracht oder an halt dieses papierbastelei und ja erst mit den sachen von stampin up bis man sich so ein bisschen reingefuchst hat mit youtube und so was allem und also viel angesehen hat und da sich ein bisschen schlau gemacht hat was es denn sonst was auf dem markt gibt weil wenn man damit anfängt dann muss man sich erst mal ein bisschen durch wuchsen ja das habe ich dann gemacht und bin dann so dabei geblieben sag ich mal ich weiß gerade gar nicht ob es da noch was dazu gibt das hat die frage 2 seit wann bastelst du ja seit kindheitstagen die frage gehört für mich irgendwie so 1 und 2 so ein bisschen zusammen ja mit youtube ich weiß das gar nicht habe ich glaube ich vor zwei jahren drei jahren ich habe keinen plan irgendwie angefangen aber ich habe gedacht habe ja für mich selber basteln ist halt ein bisschen doof ich möchte es auch in die weitwelt hinaus tragen und vielleicht hat ja irgendwer bock was nachzubasteln keine ahnung wie man halt so anfängt dann haben wir das dritte hast du auch andere künstlerische hobbys wie handarbeiten oder werken wenn ja was also eigentlich wollte ich das video auf dem balkon machen aber da habe ich gerade die gartenhügel gestritten ja kann man das unter werken zählen ich weiß es nicht glaube ich so muss halt mal sein ansonsten habe ich eigentlich so vor dem papier basteln auch genäht aber mehr so wirklich hobbybereich und überhaupt nicht so dass man das verkaufen kann für mich war das mehr so ja wenn ich halt innen die naht nach außen habe in der tasche da sieht es kein mensch und mich stört es nicht weil es ist für mich und es ist selbst gemacht da kann man auch mal ein bisschen schlampiger sein ich müsste mich mal wieder an die nähmaschine setzen aber im moment habe ich dann zu dem bedarf nach und neben den nähen war halt noch motiv torten machen habe ich auch eine ganze zeit lang echt oft gemacht aktuell nicht so oft ich könnte mal wieder ich habe eigentlich noch alle materialien zu hause aber irgendwie hat sich jetzt noch kein ereignis ergeben wo ich das hätte noch mal machen können ja alles ist immer recht aufwendig aber macht ja auch spaß ich müsste noch mal ich müsste noch mal ich muss mal hier irgendwie kameran da sein gar nicht so einfach das nehme ich an einem wie nennt sich das hier selfiestick und dann abgelegt auf meinem bein ich hier so schön im schneidersitz auf dem sofa sitze weil die gartenmüll trocknen gerade so viertens bist du in sozialen netzwerken künstlerisch mit einem eigenen kanal gruppe seite vertreten ja also auf meinem kanal guckte ja gerade dann habe ich auf facebook eine gruppe naja keine gruppe halt einen account für ferimana ganz einfach wo ich dann halt auch so ja eigentlich nur die videos ist gerade nicht so viel ich versuche mich noch ein bisschen mit instagram anzufreunden da wird da auch mal ein paar sachen postet die halt nicht auf meinem kanal erschienen sind so ein bisschen wenn so zwischendurch eine karte erscheint oder so also wenn ich etwas bastel dann kann ich das einfach da hochladen und brauche dann nicht irgendwie ein craft update video oder sonst was zu machen weil ich ja auch öfters mal sachen bastel die dann auch gleich wieder weg gehen und dann hat man manchmal keine genug sachen um irgendwie was zu zeigen und so ein 1 minuten video ist ja so hier bitte ich hab das gemasselt danke also ist halt ein bisschen doof deswegen finde ich da instagram eigentlich eine ganz gute sache ja ansonsten ja an facebook bin ich auch mit drin und guck mir das so an ich kommentiere nicht allzu oft glaube ich ich bin mehr der daumengeber ab und zu kommentiere ich schon mal oder wenn fragen sind oder so und ich gerade weiß was sache ist ob ich helfen kann dann mache ich das auch so halt dann haben wir frage nummer fünf würdest du gern dein hobby zum beruf machen wenn ja hast du schon was in diese richtung unternommen also ein absoluter traum wäre ja irgendwie so ein kleines lädchen mit bastelsachen und einem workshop bereich das wäre so traum aber ich bin sicherheitsbedarf ich habe meinen job ich verdiene nicht schlecht und brauche ich also ich brauche halt meine sicherheiten deswegen mache ich das lieber für mich selber also ich weiß jetzt auch nicht wenn ich jetzt irgendwie ein album bastel ob das irgendwer kaufen würde und nee ich glaube dafür ist es nicht profi genug weiß nicht ist glaube ich nicht so dass ich mach das lieber auf anderen wegen dann irgendwie also nicht nicht irgendwie als alleinstellungs nein also als shop oder sowas nee ich habe da auch ehrlich gesagt wenn ich den bedarf dazu hätte hätte ich erstmal keine lust mich in dieses ganze finanzielle steuerrechtliche gedöns einzulesen also ich habe auch noch nirgendwo irgendwie so ein infovideo gefunden wo das alles so haargenau erklärt ist was man braucht wenn man was macht klar einen gewerbeschein aber man muss dann irgendwie natürlich auch abführen an steuern und oder das bescheid sagen dass man da was zu verdient hat und bis zu einer gewissen grenze muss man keine steuern zahlen aber das ist nicht zu viel weg nee mir reicht die steuererklärung an beim jahr nee 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 da habe ich dann keine zeit da bastel ich lieber sozusagen so Frage 6 ich glaube das wird ein sehr langes video so das gefühl Frage 6 wie stehen deine familiefreunde bekannte zu deinem hobby ja meine mama ist hier der stolze abonnent meines kanals und guckt halt die livestreams immer mit und finde ich eigentlich auch ganz cool weil sie ist halt noch nicht so ganz in dem bastel thema drin und fragt mich dann auch immer sachen so was ist denn das was heißt denn das und was meinst du denn damit und dann merkt man dann auch erst was ein bastelneuling im prinzip für fragen hat weil wenn man eine zeitlang dabei ist dann verliert man glaube ich so ein bisschen man hat halt man weiß es ja und wenn dann keiner fragt kann man die fragen nicht beantworten also wenn ihr fragen habt zu irgendwas was ihr nicht versteht einfach fragen es gibt keine dummen fragen gerade wenn man irgendwie noch nicht so tief drin ist oder sich mit einem neuen thema beschäftigt da geht mir das auch so da muss ich ich sag mal jede sparte hat irgendwie ihre eigene sprache und die bastel sind da definitiv keine ausnahme die haben auch definitiv ja ihre eigene sprache und da muss man erstmal klar mit kommen und wenn man nicht fragt kriegt man keine antwort und da steht man immer noch mit einem riesen fragezeichen doof rum und weiß nicht weiter und deswegen einfach fragen weiß keiner einen mit dem kopf wo war ich eine familienfreunde ja abschweifen super sache ja einige freunde wissen das die haben mich dann glaube ich auch abonniert ob sie mich wieder deabonniert haben keine ahnung sag ich mal die die da mit basteln nichts zu tun haben die müssen ja auch nicht irgendwie still nein ähm ja mein mann steht da voll hinter mir ja glaube ich kriegt man glaube ich so ein bisschen mit ab und zu guckt er so du musst doch live stream machen ja schatz ich weiß aber du bist doch schon über deine zeit ja das habe ich aber mitgeteilt weil wir sind ja spät dran heute ja ja aber du musst jetzt los ja schatz also er achtet da auch ein bisschen drauf dass ich da meine zeiten einhalte aber wenn ich sage nö schatz du heute nicht dann ist das auch okay er hat sein hobby mein hobby da steht er da voll dahinter genauso wie ich hinter seinem hobby stehe das finde ich auch sehr wichtig hauptsache wir haben auch noch Zeit für uns und nicht nur fürs hobby haben wir bisher auch ein bisschen Beziehungspflege machen und so ja äh meine Brüder wissen das auch also ich hab da zwei Brüder aber die haben jetzt nicht so viel mit basteln zu tun ähm meine vielleicht irgendwann Schwägerinnen Spä äh Schwägerin äh findet das auch voll toll ähm das basteln aber ich glaube so ihre welt ist das nicht aber wenn man ihr was basteltes schenkt ist sie happy also das sind halt so ich sag mal die in meinem Bekanntenkreis und sowas ist alles so dieses hauptsache wenn es handgemacht ist und von Herzen kommt dann ist es schon viel viel mehr wert als wenn man in den Laden geht und für 10 Euro einen guten einkauft ganz einfach so ich hab hier so lustig klingt aber mal warm obwohl hier im Wohnzimmer geht es das ist eigentlich glaube ich mit der kühlste Raum außer im Keller Keller ist noch wärmer äh kälter so siebtens bastelst du nur bestimmte Sachen kannst du uns ein paar Werke zeigen ja ich werde dann gleich mal in mein Bastelhöhlenzimmer bei den Temperaturen laufen und äh ich werde euch ein paar Sachen zeigen aber so ein konkretes Thema habe ich eigentlich nicht aber das äh machen wir dann gleich so wie sind in meinem Bastelzimmer ähm ja was bastel ich so alles mögliche ich hab hier ähm eine einfache Verpackung ne zum öffnen kann quasi eine eckige Pillowbox wie man das so schön nennt dann natürlich Karten so mal aus Resten ähm besondere Form dass man halt die so schräg aufmachen kann mal in bunt oder auch mal interaktive Karten habe ich jetzt gerade keine da aber äh gibt es auch schon mal dann ähm andere weiter weiter weitere weitere Verpackungen hier mit so einem ähm ähm Augenmasken zu verschenken mit einem Verschluss der aus einer Milchverpackung ist oder Saftverpackung kann man alles nehmen dann hab ich ja Boxen aus Graupappe habe ich gemacht da sind jede Menge Fotos drin sieht man natürlich Fotos ganz viele Fotos ein bisschen verziert also das Ding ist komplett selbst gemacht ähm hier oben so ein Chunky Charm drangehängt so ein bisschen als Verschluss äh äh Schleifchen äh Chaos äh ja und da halt auch ein bisschen Mixmedia ich muss jetzt hier mal gucken das ist glaube ich so das einzige was ich an Mixmedia hier noch rumstehen habe das andere ist alles verschenkt worden das war mal so ein Probeding einfach mal alles drauf klatschen und gucken wie es aussieht äh das sind übrigens meine Pinsel und Stifte und sowas drin dann ähm ist ja einmal im Monat das Zusammenbastelaufruf und da ist dann hier so eine Libelle mit aus Perlen und so ein Blümchen entstanden was halt so bei rumkommt wenn man kreativ ist und äh natürlich wenn Papierbasteleien sind halt auch Alben dazu gibt es auch eine Anleitung ist noch nicht fertig dekoriert bin ich noch nicht zugekommen beziehungsweise ich wusste noch nicht äh was ich drauf machen soll das kommt dann irgendwann ähm steht aber hier noch rum und will noch fertig dekoriert werden also von Karten, Alben, Boxen bisschen zu Mixmedia ist quasi alles dabei bisschen Schmuckbasteleien also eigentlich Junkie-Charms Schmuck mach ich nicht ähm ja aber Gebamsern geht ja eigentlich fast immer und das äh ist das was ich so bastel und wieder zurück äh zu unserer Coach Session und zwar sind wir bei die Frage Nummer 8 äh wie stehst du zum Thema Upcycling beim Basteln ich hoffe ich hab euch eben was zum Thema Upcycling gezeigt richtig hieß du ich reichneide nicht tricky muss man sich nicht äh unnötig viel hin und her schwitzig machen ähm also Upcycling find ich cool kann man auch immer gebrauchen wenn ich irgendwo eine Schale sehe oder sowas ja nicht immer wird sie abgehoben ab und an behalte ich die ich hab auch noch eine größere Kiste wo ich auch schon im Hinterkopf habe was ich damit machen will ähm ja ne Milchverpackungsöffnung irgendwie Netze von Zitronen oder Orangen oder sowas was halt übrig ist äh ja Klopapierrollen habe ich ohne Ende die sammle ich auch nicht mehr die kommt jetzt mittlerweile weg weil es einfach zu viel ist ähm ja was man halt so hat nö ich müsste mal ein bisschen mehr in die Natur gehen ein bisschen Blümchen und sowas das ist ja jetzt eigentlich die Zeit für die könnte ich eigentlich auch mal sammeln und dann ähm einlaminieren oder sowas was man da wahrscheinlich was draus machen kann obwohl das ja nicht Upcycling ist das ist äh Suchsachen in der Natur hm ähm ja also ich versuche schon möglichst viel irgendwie abzucyceln was ich so habe ein paar Sachen und ganz ehrlich also man könnte durch die Wohnung gehen und im Prinzip nicht mehr wegschmeißen wenn man alles gebrauchen kann und sei es nur die Verpackung von der Pizza oder sowas weil das ist ja Pappe ne aber man muss da glaube ich ein gesundes Maß finden nicht alles aufgeben sonst mült man sich da so ein bisschen zu ja ähm Frage Nummer 9 hast du einen eigenen Bastelbereich ja ich habe ein eigenes Bastelzimmer Schrägstrich Gästezimmer also wenn jemand zu mir kommt oder zu uns und übernachten möchte muss halt mein Bastelreich und das ist dann auch immer der Grund wenn ich spätestens aufräumen muss also zumindest äh es ist ein bisschen ordentlicher aussieht weil ich hab halt so ein U wo ich in der Mitte sitze und näher rechts ist halt ein Regal und links sind dann so die Tischtestelle war auch die Big Shot drauf und alles und ähm dann hab ich halt meinen Bastelbereich und links liegt dann immer so die halbfertigen Projekte oder teilweise auch noch fertige Projekte die noch weg müssen und so da wird dann immer ein bisschen Klarschutz gemacht so diesen kleinen Kram der immer irgendwo rumliegt der muss auch zwischendurch mal weg also das schon ja aber glückliche Besitzerin eines Bastelzimmers und das finde ich auch toll immer im Notfall könnte ich auch im Esszimmer basteln also ich würde schon immer mein Eckchen finden das braucht halt auch nicht so Hauptsache ich hab irgendwo Platz wo ich den Kram unterbringen kann ja Frage Nummer 10 bist du aktiv in einer Bastel-Community oder eher Einzelbastler? ähm also sagen wir es mal so mit YouTube ist man im Prinzip Einzelbastler außer man kann Livestreams machen also Einzelbastler im Prinzip ich bastel das und andere können das bewerten, kommentieren oder wie auch immer ist auch gut es ist eigentlich auch nicht so dieses ich bastel alleine Gefühl sagen wir es mal so es ist halt ein Gemeinschaftsgefühl aber durch ähm Livestreams die ich mache ähm oder die auch andere machen wo man dann mit kommentieren kann und quasi live mit entscheiden kann soll das Band jetzt rosa oder lila sein oder grün der Spruch gerade oder schief ist es ein gemeinschaftliches Basteln und das macht halt mega Spaß ich habe aber auch ähm meine Bastelante ich sage immer so nett also ähm meine Stampin' Up Tante Beraterin äh wo ab und an mal also in letzter Zeit ein bisschen wenig Kaffee die letzten Termine konnte ich auch nicht da finden dann immer so Bastelabende bei ihr statt also es ist jetzt nicht verkauft also auch wenn man was braucht dann kann man dann sagen ich brauche das kannst du mir das bestellen das ist überhaupt kein Problem aber es ist mehr so die öffnet ihre Pforten und äh man läuft dann quasi in das Bastelparadies und kann sich da alles benutzen was man möchte und ähm zahlt dann halt verbrauchtes Material aber das ist schon sehr cool und es sind halt auch andere Bastler und man kann sich zusammensetzen und das ist sehr sehr nett und macht auch immer Spaß ja also ich sehe mich nicht so als einzeln Bastler ab und an bastel ich sehr gerne für mich alleine das muss auch schon mal sein dann wird einfach nur ein Hörbuch angemacht oder eine Serie und dann du tüttelt es vor sich hin und man selber bastelt dann oder tüftelt dann irgendeinem besonderen Mechanismus Kartenkrams der dann auch am Ende nicht funktioniert oder so weil dann würdet ihr das ja sehen zumindest in irgendeiner Variante hm naja also ich sehe mich nicht als einzeln Bastler sondern als gemeinschaftlicher Bastler weil wir sind eine große tolle Community Punkt äh Frage hell würdest du gerne ähm deine Werke und oder Material mit anderen Bastlern vertauschen? ähm ja mache ich auch schon also mehr kommt halt darauf an also ich bin ähm auf Facebook Gruppen wo halt Gruppentausch oder sowas stattfinden mache ich jetzt nicht so oft mit weil ich auch ein Problem habe mit der Zeit beziehungsweise ich möchte halt dass die Leute das dann auch zurückkriegen teilweise ist das Thema und dann teilweise die Zeit weil ich halt ich sag mal zweimal die Woche habe ich meine Bastelsessions zwischendurch meistens dann auch nochmal und äh Videos bearbeiten und schneiden und sowas kostet ja auch immer noch Zeit nebenher noch voll berufstätig und äh auch noch ein Mann das ist halt irgendwo muss dann die Zeit äh stehen bleiben und ähm sag mal wenn ein Thema mich total reizt mach ich mit oder halt auch diese ähm Gemeinschaftsgruppentausch mach ich auch ganz gerne mit ähm muss halt passen ne das kann man jetzt nicht so rein pro forma sagen aber wenn jemand sagt hier das was du gebastelt hast das gefällt mir total gut ähm wenn wir das tauschen habe ich auch kein Problem mit man muss halt einfach fragen und äh wenn ich es nicht gerade verplant habe für irgendwen anders dass ich es verschenken will ist das überhaupt kein Problem dann tausche ich auch ganz gerne oder ähm ich verschicke auch gern Happy Mails dass ich einfach was was ich gebastelt habe rausschicke ob es jetzt für irgendwen zum Geburtstag ist oder auch mal so mach ich auch hab ich äh mach ich auch gerne weil wenn die Leute sich freuen ob das jetzt per Nachricht ist über den Karton ist angekommen oder äh auch per Video also ich brauch nicht unbedingt ein Video nicht dass das irgendjemand denkt man braucht einen Kanal oder sowas es ist zwar ja auch ganz nett wenn man das so sieht wie die Leute sich so live oder halt wirklich vor der Kamera freuen das ist halt immer sehr schön aber ich sag mal ein ein kleines Nachrichtchen reicht auch wenn es von Herzen kommt immer von Herzen 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 wisst ihr bescheid ich bin ein Herzensmensch so ähm ja dann haben wir Frage Nummer 12 theoretisch die letzte aber ich habe eine Zusatzfrage nutzt du Alltagsdinge zum Verbasteln oder als Werkzeug oder Tendenz tendierst du eher zum Kauf spezieller Dinge wie zum Beispiel eine Stempelhilfe also ich versuche wenn ich in ein neues Interessengebiet komme so erst einmal das zu verwenden was ich habe um zu gucken ob dieses Interessengebiet was für mich ist bevor ich mir dann ähm andere Sachen anschaffe und die eventuell nur rumliegen und ich nicht brauchen kann ich weiß nicht ob euch das auch so geht also ich meine jetzt so eine Stempelhilfe finde ich toll ich habe eine relativ einfache halt eine Klappe gibt mittlerweile ja schon welche mit drei Klappen und Sonderteilen und sowas brauche ich alles nicht ja also ich mag auch gerne Gimmicks oder irgendwelche Stanzen die man irgendwie hinterher auch nicht mehr braucht aber irgendwie doch gerne hat und so also ja ich brauche manchmal brauche ich manchmal es ist aber auch so wenn ich so zwei Monate oder sowas nicht gekauft habe brauche ich wieder irgendwas Neues und wenn es nur ein Stempel ist nett ist ja also braucht man eigentlich nicht aber irgendwie habe ich dann das Gefühl ich brauche das wieder ein bisschen frischen Wind um ein bisschen Inspiration reinzukriegen und dann kann man die alten Dinge oder eher mehr alt halt die Dinge die man nicht mehr so mag wo man sich der Geschmack erendet hat die kann man dann nachher tauschen oder wäschen ja spezielle Dinge also ein Teil war zum Beispiel wo ich Mixed-Media angefangen habe ob das was für mich ist oder nicht habe ich halt auch erst Sachen verwendet die ich hatte ob das jetzt Acrylfarbe ist statt Gesso oder halt irgendwelche Embellishments die irgendwo mal rumlagen anstatt mir irgendwie neue Sachen zu besorgen oder so also das mache ich dann schon oder wo die Chunky Charms rauskamen habe ich halt bevor ich mir irgendwie nie Stifte holte habe ich mir ein Draht geholt den man auch für andere Sachen noch weiterverwenden kann und habe mir das alles einzeln gewogen zu gucken ob mir das überhaupt Spaß macht und auch nur ein Minimalsatz an Perlen der gerade so für einen Charm ausreicht da habe ich glaube ich auch in der Zeit wirklich dran gedacht aber ja das sind halt so Sachen da probiere ich mich erstmal aus bevor ich dann irgendwie investiere will das lohnt sich dann manchmal nicht das ist auch beim Kolorieren erst hatte ich dann günstige Stifte habe dann gemerkt ja das macht eigentlich Spaß aber mit dem Stift nicht ganz so und dann halt kamen die hochwertigeren Sachen und damit bin ich auch super zufrieden und dann brauche ich davon aber auch nichts wenn andere sagen dann ja ähm kennst du die oder das oder das oder jenes und dann denke ich mal nö ich habe meine Sachen und das reicht dann und dann bin ich der so bin ich mit was zufrieden bin brauche ich auch keine große Auswahl an anderen Gegenständen klar ich gucke auch gerne Vergleichsvideos gibt gar keine Frage so keine Ahnung Aquarellstifte A B C D günstig China teuer und so weiter wie die sich so verhalten und was man eventuell auch nehmen kann aber ist jetzt nicht so dass ich das brauche ja gut dann waren wir mit den Fragen wirklich von Simone da kommt jetzt meine Zusatzfrage an alle anderen und auch an dich Simone auch an dich und zwar Frage Nummer 13 der 12 Fragen ähm was ist dein Bastelobjekt oder Stil worüber du dich sehr freuen würdest wenn du es bekommst ja das wurde ich nämlich auch schon mal gefragt weil ich ja so viele verschiedene Richtungen bastel von Bund über Vintage bis Mixed Media dass man halt ähm so wenn irgendwer jetzt mir was schicken wollen würde hätte er eine riesen Auswahl bei mir ist es im Prinzip egal was es gibt Hauptsache von Händen ich wüsste erstens Menschen so ich quatsche hier schon wieder rum ähm ja wo war ich was ich gerne hätte also was ich total toll finde ist halt ähm so Steam Park Steam Bank mäßig Vintage kommt glaube ich so langsam gehe ich in die Richtung wo ich sage ja das gefällt mir doch es kommt halt ein bisschen drauf an also zu überladen und kitschig ist glaube ich nicht so meins ich glaube auf und zu bastel ich so ja aber das ist dann dann propf ne er fehlt mir die Worte weil ich war Fußball halt überladen und kitschig bastelnd und aber es ist eigentlich nicht so ich glaube nicht so meins ne eher halt schön halt schön hm ich hab's ja toll könnte super überhaupt nichts mit haben äh egal müsst ihr jetzt mit leben für mich ist es wichtig von Herzen von Herzen ob es ne Karte ist oder sonst irgendwas auch egal ok da muss ich jetzt noch tecken ha ich darf es noch Leute dazu bringen dass sie hier äh auch sowas lustiges machen ihr müsst euch ja nicht äh zeigen ihr könnt das ja auch anders machen laucht durch den Wald und filmt den Wald und quatscht währenddessen da gucken die Leute bestimmt ganz komisch denen entgegen kommen hm warum ich schweife schon wieder ab äh also tecken ich tecke einmal Pahara einmal Lavki Naperell Paharal ich weiß nicht wie man das ausspricht Lavki weiß bescheid ähm dann Paper Card ähm ich muss das mal legen ich hatte noch was mehr auf dem Schirm Mone und Sani aber ich bin tecke ich jetzt einfach mal aber wie schon ganz am Anfang das Videos erzählt kann jeder mitmachen wie er lustig ist und so viele tecken würde ich auch nicht weil dann habt ihr ja gar keinen mehr den ihr noch tecken könnt vielleicht wurde ihr zwischendurch auch schon getaggt während das Video hier gedreht und bearbeitet und geschnitten und sonst was will aber ihr macht das schon also ihr Süßen ich wünsche euch ähm eine wunderschöne Woche und äh wir sehen uns bestimmt bald wieder spiele ich nicht am Sonntag ja mal gucken wann das Video online kann vielleicht vor Sonntag bestimmt vor irgendeinem Sonntag vor irgendeinem Sonntag garantiert alles klar also macht's gut ihr Süßen tschau tschau